Hallo, mein Name ist Spassel, ich bin Professor von Marketing und Sanktalen-Management in Zukunft in der Schweiz. Ich bin Professor von Marketing und Management bei der Universität Europolaisersitz. Vor zehn Jahren habe ich in der ersten Stunde große Unternehmen gearbeitet, Marketing und Strategie, was besorgt wird mit Aukau-Zaharbeiter, Komplikationen und Nachfolger. YouTube ist für mich nicht nur die größte Videoplatform der Welt, sondern vor allen Dingen auch ein soziales Netzwerk, wesentlich von Sachen, wo ich über Sachen hatte, Themen zu informieren, auch in Kontakt zu bleiben, mit meinen Kolleginnen und Kollegen, die mir auch heute gerne mit einer Welt zu bleiben, und mit ihnen auszutauschen. So, hier mit dem Trends ist, habe ich das aus dem USA genau umgelegt, als ich an Zeitungsbrechen gelesen habe über, sagen wir mal, keiner, der über IT studiert hat und für meine großen Videos nicht bestellt hat, weil die Probleme in der Mathematik hat. Das bedeutet, das kann man auch verteilen, aber auch für Hochschulbildung, die Hochschulkursen, das war nicht, das interessiert in der Hochschule, entsprechen zu einem Messer-Programmkursen, auch für Hochschulbildung. Also, für meinen ersten Post, das war ein zweier Erzeugen, nämlich auf Deutschland an der Schule, haben wir so über 5000 Studierende aus der Welt, also 16-jährigen Menschen, die damals das ganze Mal die Hochschulreife hatten, bis zu allen der 60-Jährigen, waren praktisch an einer Einfachbrachung von anderen Studierenden oder Hochschulungsbereichen, um wissen, so viele Projekte, die uns ist. Man kann YouTube natürlich auch sehr nutzten, um die die Frage zu stellen und dann die Kontrast-Konstruktion zu allen, dass die Themen sich auszutauschen. Und das ist das, was ich auch gesagt habe. Und ich stelle mir ein bisschen das zu sagen, weil es ist ja sehr zu schätzen, weil irgendwie die Fresse mit den Themen, wie das hier kann eben eine Video-Post-Theraie, die könnte nochmal anschauen, wie gesagt, kann es eigentlich die Tremotensums-Ausgaben. Ich denke, das ist der Tat hier in der Nachweis der Kommunikation, sondern auch die Hochschulanschaft. Diese Messungen von meinen Kursen sind ein schönes Beispiel für die Bildung auf diese Art und Weise, du konntestiert werden kann. Ich verstehe mich seit der Zeit sehr, sehr ausführlich mit YouTube, wie YouTube auch, aber auch zu verkaufen. Marketing, so weiter, man kann auch auch noch eine integrierten Unternehmens- und Kommunikation. Und sie sollten mal die Sprache, ich muss auch sehr sagen, wir geben mit der Zeit, wir geben mit der Zeit. und das kann eben auch auf Kommunikationspolitik zu, in so einer Zeit. Für Unternehmen, mit dem Geschichten, war auch kreativ in den Agenturen, mit der Frage in Kommunikationspolitik, da habe ich nicht mehr so gesagt, wie soll ich das, wenn wir auch hier noch überdenken, dass alles da aussieht, sich ja auch so gut machen, und der Veröffentlichung war. Das ist einfach auch, wie man als Unternehmen sagt, die Wettbank-Körper, dass ich natürlich das Medienindustrie ich muss da halt nur ein paar Tage, ganz, ganz drame Alterssteller, nicht nur vor, die Augen nach Sonnen und Nussern, sondern auch mal eins. Und, finde ich, wo habe ich ja schon alles vor? Kann man auch noch aus, die Veröffentlichung, die Veröffentlichung, ja, also bedeutet das, der Schluss, dass sich die Agenturen, aber auch natürlich Unternehmer, und Unternehmer, neue Alterssteller, das ist doch sicher, meine Frage, kann ich die, sie brauchen, die ich habe, immer noch, klassische, auf der Land-Communication, also Fernseher auch, manchmal auch, ich glaube auch, auch erreichen. Ja, sehr, 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 und heute, geht mal die Frage, unsere Kompetenzen, unsere Kräfte, und so klar, und so klar, und so klar, dass wir natürlich, als ich sage, Teil, als eigentlich, von ITV, natürlich einer der kritischsten Köpfe da in Deutschland waren, wenn wir heute, manchmal zwei, und dann auch endlich, ich habe jetzt noch, und ich habe, auf der anderen Seite, das ist mehr vom Theoretischen, also YouTube, mehr vom Theoretischen, in der Ure, denn es ist da, Kommunikationskanal, bei der Politik, der auf der Welt, der Plattform gesehen hat, und, ja, hat dann sehr, sehr viel und Phillip, der email, denn es gibtionen, was da recht, denn da kann manicia saya nicht zuerst, in derאני Państwo, wie kann ich eigentlich, eine Aufordnung an, oder auch, diese YouTube-Serieung oder Unternehmer, – oder Unternehmer? – oder Unternehmer? – oder Unternehmer, – oder Unternehmer, – oder Unternehmer? – oder Unternehmer? Untertitelung des ZDF, 2020